mach dich bereit mal gucken ob die jetzt gleich stört ich höre schon ballern ja ich auch da sind zombies ich bin in die andere richtung gerannt das ziel ist so ziemlich nah glaube ich ich glaube wir waren beide nicht besonders weit auseinander das war ziemlich nah ja hier oben ist es okay dann versuche ich den mann brandbombe lieber platz zu machen war es sogar runtergefallen das sind zwei scheiße die saaten mutter hatte ich so tut so schnell durch kann mich ja löschen okay das haben wir gelöst wo geht es jetzt weiter die richtung ich vermute mal ach so wir haben schon den hinweis von dem meuchler gefunden ja die einen ach so einen genug okay die rennt hinter dir her oh nein hinter dir ist die denn hier kann man sogar von innen was aufmachen das ist wahrscheinlich ein bisschen weiter weg vermute ich mal schnell 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 raus gott sei dank warte mal jetzt nur mal gucken was ist denn der das hier ne ich bin mir nicht sicher oh man sollte doch mal nachladen und die blutung muss gestoppt werden scheiße und gelöscht werden muss ich auch so kommen löscht dich löscht dich löscht dich löscht die alter so und jetzt spritze setzen jetzt haben wir ein problem du bist ja blöden mutter entkommen gott sei dank ja die hat mir doch was ganz schön zugesetzt ich hoffe dass das hier in der kirche ist so ein bisschen weiter weg oder wo das ist sicher das könnte könnte ja drin sein auch vielleicht vielleicht auch dahin kann noch mal der kirche und diesen schuppen davon auch hier ok kam gerne der stand auf einmal hinter dir oder so ne das ist scheiß viel gerade der zündet einem an das gefällt mir gar nicht so aber jetzt ist hier oben noch eins bei der kirche ja gut und ich dann auch der entgegen also dieser zwischen boss war super karte aktualisiert und es gibt einiges glaub ich dir mal der herr es ist bekannt wird da oder rechts rum wir wollen such aus mal was an mir ist nachdem wir damals weiter müssen wir wieder durch diese kunstchen sagt gut richtig gut ich liebe die was aber gut gezielte immer headshots das habe ich dir gut bewegen die sich ja nicht so viel ja ach so da mal nun kommen wir kommen wir kommen wir kommen und ich schon wieder was los ja ich habe diese kreentante da wieder gehört da hinten brennt wieder einer ja alter wie er mal gleich alles anzündet wenn er während er explodiert das stimmt das stimmt oh 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 Vorsicht hinter dir ja hinter mir auch ja hinter mir auch alter das ist gar nicht schlecht oh 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 nur er so mal gucken jetzt haben wir die eine gefunden sehr gut so kann ich jetzt mich verbinden ne okay warum geht das mal und warum geht es mal nicht das ist die frage das weiß ich tatsächlich auch nicht ja oh da hinten ist es okay ich habe jetzt auch nur zwei balken statt drei aber schon geil ne wir haben drei aufgedeckt die haben nur eins aufgedeckt nicht schlecht ne das sind zwei gegner ach so bedeutet ach okay wir haben vier aufgedeckt sozusagen ah ich dachte dir oben diese blauen punkte bedeuten dass wir wie viel wir aufgedeckt haben ja vier stück haben wir aufgedeckt ach so ich dachte das sind zwei verschiedene gegner ach okay super alles klar jetzt habe ich es auch ich dachte erst so das oberste sind die das und das sind wir ja das wäre auch nicht schlecht wenn das angezeigt werden würde aber leider mhm ach so das müsste jetzt weißt du das ja ne mhm musst du ja gerade mal ein bisschen die Haare schneiden natürlich es ist hier vorne wenn wir irgendwie hochkommen irgendwas läuft hinter uns her okay oder? ne doch nicht oh doch oh alter hatte ich auch angezündet ja scheiße oh jetzt hast du wir können uns gegenseitig anzünden oh okay so jetzt müsste hier wieder so ein fetter gegner sein ne genau ach der heißt das jetzt habe ich dich getroffen ne ja genau friendly fire wo ist ja die kraft ich bin mal im kreis oh oh alter wie alles angezündet ist ja wo ist ein alter los kommt later nach vorsicht der kommt mhm oh wie komme ich hier raus ah jetzt 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 nur stillschweigend in der ecke hier in der hoffnung ja jetzt habe ich auch wieder munition mhm oh oh er kommt ich bin mal rausgerannt ja man kann erst rausrennen dann verfolgte einen nicht mehr ja jetzt kommt er wieder ja denkste popper der kommt sogar da draußen hast du das Ding geworfen ne der schmeißt mit mollys oder was wo ist er denn jetzt oh nein ich brenne dann kannst du ihn gleich anschießen dann kannst du ihn gleich anschießen hey jetzt kommt er wieder also mal kommt er mit raus und mal nicht also halb du bist er denn jetzt schon da ich dachte kommt ja mal bei mir vorbei dann könnte ich hier mal ja ich locke ihn ja schon ja ja warte wie er nach außen geschlagen hat ich habe nur noch drei schuss ja munition war echt rar hier ja ich bin mal gucken gibt es ja nicht nur ein paar munitionskisten oder so doch hier alter da waren wir nicht ganz ohne ja das stimmt genau 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 kann es sein dass die anderen vielleicht tot sind und wir alleine auf der Meer das kann sein ja ich habe nur mein problem ist ich habe nur keine gewehr munition mehr sondern nur noch für die pistole ja ich habe auch nur noch ein paar kugeln vielleicht finden wir noch was hier ist noch eine kiste ah super super danke danke kann ja immer nochmal er drücken zack 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 so man hört auf jeden fall nix mehr das irgendwie draußen schüsse oder so ne ich habe jetzt auch auf der karte dies das spiel ist ja zeitlich begrenzt oh ok stimmt 43 minuten ich glaube ich habe eben dem etwas verlang laufen sehen ich habe schon wieder und wer läuft hier lang ich höre es nur aber eigentlich ist das auch schlau man stellt sich dann einfach schön gut und wo versteckt draußen hin und wartet bis die rauskommen mit der trophy ich glaube die kommen jetzt zum hopp alter ich bin getötet worden schon so was nicht ich konnte nichts also links war nichts ich dachte die kommen von links und kann mich an der rechts irgendwie es